Hallo, ich bin Salia. Durch eine schwere Netzhautablösung verlor ich den Großteil meines Augenlichts. Seither ist die Welt für mich nur noch grau und verschwommen. Um meine hochgradige Sehbehinderung besser auszugleichen, probiere ich heute ein neuartiges Kamerasystem aus. Am OrCam Kamerasystem finde ich richtig gut, dass ich privat und auch im Geschäft unabhängiger bin. Ich kann mit dieser Brille selbstständig Texte erfassen. Mein Leben ist schneller geworden, aber einfacher. Und das funktioniert so. Die Vorlesefunktion des OrCam Kamerasystems ist für mich essentiell. Ich kann selbstständig Texte erfassen. Früher mussten meine Mitarbeiter mir die Zeitung vorlesen und heute mache ich das wieder selber. Ist doch richtig cool. Immer zur Weihnachtszeit gehe ich natürlich gern auf den Weihnachtsmarkt und lasse mich von der vorweihnachtlichen Stimmung inspirieren. Eine Tüte gebrannte Mandeln, bitte. Gerne. Bitteschön. Herzlichen Dank. 3,5. Jawohl. Auch Geldscheine werden problemlos von der OrCam erkannt und vorgelesen. So, bitte sehr. Dankeschön. Eine Tüte gebrannte Mandeln, sogar noch warm. Jetzt mal ein bisschen relaxen. Ist das nicht schön? Das OrCam Kamerasystem erkennt sogar Gesichter. Ich persönlich würde diese OrCam Kamera jedem Seelbehinderten empfehlen, weil es macht euer Leben einfach leichter. Und man sieht es auch nicht. Es ist einfach unauffällig. Nutzt es, Leute. Wirklich. Wenn ihr mehr über dieses tolle Produkt wissen möchtet, geht einfach auf www.orCam.com. Check it. Love it.